Hallo, ich bin Priska und das ist Lüb. Wir sind im zweiten Lehrjahr bei der Geberit und möchten euch heute mal unseren Berufsalltag zeigen. Kommt doch mal mit! Wir sind hier gerade am Empfang. Hier werden Anrufe für Kunden entgegen genommen und externe Besucher empfangen. In der Marketing- und Kommunikationsabteilung besprechen wir gerade die neue Broschüre für die neuen Produkte dieses Jahres und tauschen uns über mögliche Verbesserungen oder Änderungen aus. Unsere Aufgabe in der Finanzbuchhaltung ist, die Rechnungen auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und sie nachher zu verbuchen in unserem System. Wir arbeiten gerne hier bei der Geberit, weil wir in der Ausbildung sehr viele Abteilungen durchlaufen und wir so eine optimale Vorbereitung auf das späteren Geschäftsleben haben. Ebenfalls haben wir hier in der Geberit ein super Verhältnis, nicht nur unter Lernenden, sondern auch im ganzen Betrieb. Das war unser Beruf Kaufmann-Kauffrau. Wir hoffen, wir haben dein Interesse geweckt. Wir würden uns freuen, wirst du uns deine Bewerbung schicken und dich vorstellen kommen. Weitere Informationen findest du auch unter www.geberit.ch 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 www.geberit.ch